Moin! Da sind wir wieder, mit einem Journal randvoll. Ich habe gar nicht viel vorneweg zu sagen, außer schön, dass das wieder geklappt hat. Wir freuen uns und da es wirklich echt eine Menge zu erzählen gibt, würde ich sagen, starten wir direkt. Wir starten mit Holland-Spiele. More Dinosaurs, Please! ist eine Erweiterung zu Amabel Hollands Dinosaur Table Battles, eben aus dieser Table Battles-Reihe. Nicht historisch, ja doch im Grunde natürlich auch historisch, prähistorisch. Dinosaurier treten hier im Kampf gegeneinander an. Sechs neue Arten wird diese Erweiterung bringen. 30 Karten, habe ich gelesen, sind drin in der Erweiterung. Flugsaurier, Wassersaurier, aber auch neue Landsaurier mit natürlich dann eben dementsprechend auch neuen Fähigkeiten. Ja, wer da Interesse hat und schon das Grundspiel gut fand, der ist wahrscheinlich dann mit dabei. Wir bleiben bei Holland-Spiele, gehen auf der Seite von den Neuheiten in deren Blog, wo ja so ein bisschen diskutiert wird oder dargestellt wird, was so in nächster Zeit in der Pipeline ist oder auch rückblickend. In der Pipeline ist auf jeden Fall Incentives in Nicaea. Nicaea ist die englische Bezeichnung von Nikea, Nicea, wie man auch immer, es gibt da beide Möglichkeiten, das auszusprechen. Und da geht es natürlich um das erste Konzil. Konstantin der Große hat das 325 ausgerufen und es ging darum festzulegen, das Wesen von Jesu im Verhältnis zu Gott. Das waren wichtige Glaubensfragen und wichtige kirchenpolitische Fragen, die da geklärt wurden. Und dieses Konzil ist Thema dieses Spiels. Und um da jetzt ganz im Detail drauf einzugehen, was da jetzt der Autorin Herbal Holland wichtig war an diesem Spiel, empfehle ich auf jeden Fall auf den Link zu klicken. Es geht halt grob darum, das Ganze in Verbindung zu setzen mit so einem Stockholding-Aktienmarktspiel. Es geht um verschiedene Glaubensfragen, die diskutiert werden im Spiel. Man erwirbt Karten und diese Fragen manifestieren sich im Laufe des Spiels als diskutabel oder eben orthodox, also festgelegt. Und das liegt daran, wie viele Anteile von so einer Frage praktisch erworben werden von dem Umgeben. Also es ist eine sehr, sehr abgefahrene Herangehensweise, muss ich sagen. Ich bin total gespannt auf dieses Spiel, freue mich da drauf. Und wenn es euch da auch so geht, allein schon das Thema ist schon irgendwie total interessant. Ja, guckt es euch an. Dann gehen wir einmal fast um die Welt, und zwar nach Taiwan. Und dort Mo Ideas Games, die ja im letzten Jahr mit Mini Express gekommen sind, die davor Spiele hatten wie Nine Symphony, wie Mini Rails und einige andere echt interessante Sachen dabei, haben ein Kickstarter in Planung, soll im Oktober starten, Jiangnan Life of Gentry. Und es geht eben um die Stadt Jiangnan, im Zeitraum der Mai-Dynastie. Und wir spielen, ja, Adelige, Schriftsteller, Künstler, die so ein bisschen noch nicht genau wissen, in welche Richtung ihr Leben gehen sollen. So habe ich das Ganze verstanden. Möchte man denn doch eher, sagen wir mal so, der Schreibendenzunft angehören, oder möchte man eher so das Leben der Adeligen genießen? Ganz viel ist noch nicht bekannt. Es gibt noch keine Fotos, außer jetzt das, was wir hier haben. Hier habe ich nicht gefunden und auch nicht bekommen vom Verlag, aber ich bin sehr gespannt. Ebenso gespannt und ebenso wenig Fotos und Infos gibt es zu Oranienburger Kanal. Ich kann nur so viel sagen, Uli Blennemann hat es angekündigt auf Twitter. Das heißt, Uli Blennemann Spielworks, also Spielworks-Neuheit, Autor Uwe Rosenberg. Schauen wir, was da rauskommt. Ich bin echt gespannt drauf. Raul Fernandes Aparizio bringt ein Spiel raus, zusammen mit Wladimir Suchi in seinem Verlag. Delicious Games. Und nach Praga und davor Underwater Cities ist das auf jeden Fall eine Sache, die einen hellhörig machen sollte, wenn man so im Euro-Bereich unterwegs ist. Messina 1347 oder 1347, wie auch immer man das Ganze denn jetzt dann für sich nennen möchte. Es geht um die Pest, der Ausbruch der Pest, beziehungsweise, ja, so das Introduction-Schreibort nämlich, also es geht langsam los mit der Pest und wir sind reiche oder überhaupt einflussreiche Familien der Stadt Messina und verlassen die Stadt, weil wir haben die Hosen voll, möchten uns nicht anstecken, was ja verständlich ist, fliehen aufs Land, müssen auf dem Land klarkommen, das heißt, unser Besitz da muss gefestigt werden, wir müssen aber auch irgendwie für unser Überleben sorgen, gleichzeitig aber auch den zurückgebliebenen Stadtbewohnern helfen. Und einfach gucken, dass die Pest eingedämmt wird. Klingt interessant, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bonfire. Letztes Jahr große Neuheit bei Hall Games. Stefan Feld. Für mich ganz weit oben auf dem Stefan Feld-Treppchen meiner Stefan Feld-Spiele. Ich habe ja mal gesagt, Aquasphere ist mein liebstes Feld. Schauen wir mal, ich weiß gar nicht, ob mir das vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefällt, hier das Aquasphere. Äh, das Bonfire. Trees and Creatures. Es kommt eine Erweiterung raus. Wer hätte das gedacht, eine Erweiterung und drei Module, jetzt soll die im Ganzen enthalten. Fünfte Spieler wird eingeführt. Variable Player Powers in Form von Creatures, die man zieht. Und man kann diesen Pfarr, den die Hüterinnen entlanglaufen, wo jetzt mit Bäumen bepflanzen, die man im Spiel besorgen kann. Und diese Bäume bringen einem dann natürlich in verschiedensten Wechselwirkungen dann wieder Boni. Ich bin jetzt niemand, der sofort aus dem Häuschenhörer ist, wenn er hört, oh, es kommt eine Erweiterung. Und lass das erstmal ganz langsam an mich ankommen. Und noch eine Erweiterung. Dune, Rise of X, beziehungsweise, Entschuldigung, Dune Imperium, Rise of X. Das geht nicht um das alte, klassische Dune, das es ja auch gibt in der Neuauflage, auch mit einer Erweiterung. Hier geht es um das Dune Imperium, um den Deckbilder, mit Worker Placement. Elementen, der in Deutsch bei Asmodee gekommen ist. Bisher angekündigt auf Englisch, es wird aber ganz sicher, denke ich, eine deutsche Erweiterung geben. Rise of X bringt eben neue Technologien vom Planeten X. Es gibt einen neuen Epic-Game-Mode, wir können Dreadnoughts in den Himmel schießen. Und es gibt neue Häuser, mit denen wir rangehen können an das Spiel und die auch wieder eigene Fähigkeiten natürlich haben. Ja, wer noch mit Dune Imperium braucht, dem wird da geholfen. Eins, zwei, drei. Steampunk Rallye Fusion ist ein Spiel, ein Dice-Placer sozusagen. Ich habe also dieses ganz alte, oder ganz alt, das ist schon sechs Jahre alt, Steampunk Rallye, das ist bei Rockslay gekommen. Bei dem ist es eben so, dass wir aus Karten, hier ist es auch so, aus Karten, die wir ziehen, die wir draften, die wildesten Gefährte bauen. Man kann das so anlegen und diese unterschiedlichen Gefühle. Man muss sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie so ein zusammengezimmertes Raumschiff bei Galaxy Trucker, ohne die Hektik. So, und diese Gefährte, die befeuere ich mit Würfeln, die ich drafte und die ich verschiedene auf die Karten platziere. Es wird mir also gesagt, was ich da platzieren muss, dann erreiche ich natürlich über diese Würfel einen bestimmten Wert. Über diese Würfel einen bestimmten Wert und dann, nach diesen ganzen Drafting-Runden, wird dann jeweils auf einem Rennkurs abgetragen, wie weit wir denn fahren, da kann man Fähigkeiten einsetzen, indem man sich auf dem Rennkurs gegenseitig behaken kann. Ich habe es damals gespielt, eigentlich lange her, eine Partie, ich hätte mal wieder Lust drauf, denn mir hat es echt Spaß gemacht damals, muss ich sagen. Auf jeden Fall kommt eine deutsche Version. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, inwieweit dieses alte Steampunk Rally mit dem Steampunk Rally Fusion jetzt so kompatibel ist oder eben nicht. Ich weiß halt nur, dass es nicht komplett sprachunabhängig war und da im Grunde eine deutsche Regel oder deutsche Karten schon Sinn machen, definitiv. Triumvir, Triumvir, Triumvirat geht natürlich zurück auf die Zeit eben des Triumvirats oder des großen Triumvirats, Cäsar, Pompeji, Crassus, altes Rom, GMT, verwurstet, Cut, Cut. Eins, zwei, drei. Wir gehen zu GMT und dort wurde bekannt gegeben, dass Triumvir sein 500 geknackt hat. Also die P5-Handot ist durch, das Spiel wird erscheinen. Wann ist dann immer die Frage. Klar, das war eigentlich im Grunde eine sichere Sache, dass es kommt. Triumvir oder Triumvirat geht eben zurück auf die Zeit des Triumvirats im alten Rom, Cäsar, Pompeji, Crassus und deren Politik. Das Ganze basiert natürlich dann wiederum, das ist die Great Statement Series, aber es basiert mechanisch dann eher, was ich so gelesen habe, eben auf Versailles allerdings an, also Versailles 1919, das ja letztes Jahr erschienen ist und bei dem ich eben verschiedene Issues habe, über die diskutiert werde und dann mit Einfluss auf diesen Karten sozusagen diese Issues für mich settle, also für mich praktisch entscheide. Und daraus ergibt sich dann für mich und für viele andere Sachen dann eben so dieses Weiterbestehen Roms. Und das Ganze ist eben nicht ganz sklavisch an dieses Versailles gehalten, also Versailles 1919, sondern natürlich schon historisch und auch game-mechanisch angepasst eben so an die Gegebenheiten im alten Rom. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dreier-Spiel natürlich, ja, sollte ich spielen wollen, will ich auch spielen. Wir gehen zu Capstone, die ein Spiel angekündigt haben von einem deutschen Autismal, Alexander Hümer. Alexander Hümer kennt man von Lignum, wirklich ein sehr gutes, komplexes Euro mit so einem Rundkurs um die Holzwirtschaft, so in früherer Zeit. Jetzt Imperial Steam, Eisenbahn. Und damit sind wir beim ersten Eisenbahnspiel dieses Journals. Ich freue mich. Wir sind in der Industrialisierung unterwegs, müssen Verträge erfüllen, müssen natürlich Strecken abfahren. Das Ganze hat relativ große strategische Pick-up-and-Deliver-Komponente, denn unterschiedliche Städte haben unterschiedliche Nachfragen. Wir müssen aber gucken, dass wir diese Nachfragen eventuell auch selber generieren können. Ich habe einen Spielplan, wo anscheinend, es gibt noch keine Regeln, an unterschiedlichen Punkten auf der Strecke unterschiedliche Dinge erledigt werden können, um ganz einfach das Ganze ein bisschen zu boosten. Ich bin sehr gespannt. Thema alleine zieht für mich. Cut. Nehmen wir. Eins, zwei, drei. Auch noch nicht so wahnsinnig viel weiß ich über die Erweiterung von Edge of Darkness. Ich habe ja das Grundspiel noch nicht mal gespielt. Es ist immer so ein Spiel, wo ich sage, ja, wenn ich das irgendwie mal die Chance habe, das zu zocken, würde ich es mal mitzocken, aber ich würde mir das irgendwie nicht kaufen. Da bin ich doch mit dem Vorgänger zu sehr reingefallen. Also ich würde es tatsächlich gerne mal spielen. Aber ob es nun irgendwie mein Ding ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall wird eine Erweiterung kommen. Und die wird auch irgendwann dann demnächst bei Kickstarter starten. Schon gestartet auf Kickstarter, auch schon gebackt und im Grunde auch schon durch die Decke gegangen und heiß erwartet von wahrscheinlich ganz vielen Leuten, ist die Erweiterung Alien Invasion für On Mars. So, und diese Erweiterung für Vitala Serdas On Mars macht eben was, was eigentlich selten ist bei Vitala Serdas Spielen, außer vielleicht eben bei CO2, denn es addiert zu dem Spiel, Spielmodi, um das Spiel einfach kooperativ zu spielen. Kooperativ, Solo geht natürlich auch wieder und es geht auch einer gegen alle. Das ist auch möglich. Und Alien Invasion dürfte eigentlich alles sagen, was auf dem Mars da passiert. Dazu gibt es eben neues Holz, neue Marker, neue Karten, das Ganze natürlich wieder in einer Top-Deluxe-Ausstattung. Und wer da Interesse hat, der guckt sich das an. Im letzten Journal haben wir angekündigt, dass Frosted Games Drunagor macht. Drunagor, Dungeon-Crawler, wirklich Dungeon-Crawler, wo ich also eine Tür aufmache und dann erst erfahre, was hinter dieser Tür los ist. Das ist so das, was für mich einen Crawler ausmacht, was mir auch wichtig ist, diese ganzen skirmischer Sachen. Also wenn ich dann mal sowas spiele, dann muss es auch sowas sein. Und ja, es ist live. Auf GameFound, es ist auch schon gefundet, begeistert erwartet. Und das ist, sag ich mal, ein Crawler, wo ich tatsächlich selber ein paar überlegen bin. Ich bin noch nicht drin, aber ich überlege. Dann haben wir mal was so in eigener Sache jetzt mitten reingemogelt. Man will ja nicht immer so irgendwie, ta-ta und jetzt wir. Da sind wir ja irgendwie doch ein bisschen anders. Auf jeden Fall, Bodger Mansion, ein Kanal, wirklich sehr sympathische Leute. An dieser Stelle an Michael, mit dem ich ganz viel Kontakt hatte, ganz liebe Grüße. Die haben eine Serie, die sich generell lohnt, finde ich. Ich habe da auch öfter früher mal reingeguckt, bei denen irgendwie Leute so aus dem Brettspielbereich eingeladen werden und zu zwei Genres, jeweils ihr liebstes oder ihr aktuell liebstes Spiel, ja, vorstellen. Und dann macht das jeder, der dabei ist und man unterhält sich einfach über diese vorgestellten Spiele. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee auf jeden Fall. Nun war ich da auch, nach langer, langer Terminfindung und Absagen hier und durch Impfung flachgelegen da und auf jeden Fall hat es geklappt. Das Ding ist auch schon online. Könnt ihr euch angucken, wir haben es verlinkt. Es geht natürlich um Eisenbahnspiele und es geht ums Mittelalter. Eisenbahn und Geschichte, ja. Wer Lust hat, guckt sich das Ganze an. Und lässt sowieso mal vielleicht auch ein Abo da, bei der Bodger Mansion. Mammut-Projekt, The War, Compass Games. The War, da gab es schon mal die erste Box, die so eher so dieses, was heißt eher dieses Western Theater abgefrühstückt hat. Und jetzt ist da The Pacific noch dabei. Und im Zuge von The Pacific erscheint eben auch das Western Theater nochmal neu. Man kann das Ganze auch verbinden zu einem riesigen Zweite-Weltkriegsspiel, das alle Ebenen abfrühstückt. Also eben nicht nur die Frontlinien, nicht nur die strategische, taktische Ebene, sondern eben auch die wirtschaftlichen Aspekte. Um das Ganze am Laufen zu halten, um seine Nation dastehen zu lassen, um bestimmte Sachen zu planen, um zu produzieren. Also all das ist drin in diesem Spiel. Es gibt viele Spiele in dieser Art, sag ich mal, die das tun, wenn ich da so an Blitz denke. Und World in Flames hat da ja auch sehr viele Elemente in dieser Richtung. Oder War Room meinetwegen auch. Auf jeden Fall, wer da Interesse hat, guckt sich das Ganze an. Es ist halt immer die Frage, auf welchem Level möchte man da spielen, wie viel Zeit möchte man haben, wie viele Tapeziertische möchte man aufbauen müssen für so ein Spiel. Wie viele Freunde hat man, die bereit sind, sich da so lange reinzuknien. Auf jeden Fall, wenn man überall da, sag ich mal so, glaube ich, im oberen Bereich den Haken machen kann, dann ist Flat the War das Richtige. Wir gehen über den amerikanischen Verlagsumweg nach England, nämlich White Dog Games bringt ein Spiel raus, im englischen Mittelalter angesiedelt. White Dog Games, wer den Verlag kennt weiß, wir sind jetzt hier so im History-Wargame-Bereich unterwegs. In the Name of Justice, der im Grunde Auftakt, die Auftaktsschlacht des zweiten Barons, War, und das Ganze spielt in East Sussex, kleines Dorf, Lys, Lys, Le West geschrieben. Und das ist ja nicht immer ganz so einfach rauszufinden in England, wie diese Orte dann ausgesprochen werden. Auf jeden Fall, wenn es jemand weiß, bitte in Lautsprache unten in die Kommentare, das würde mich enorm freuen. Ja, ein Zweierspiel, man kann es wohl auch Solo spielen, im mittleren Bereich, sag ich mal. So in zwei, zweieinhalb Stunden spielbar das Ganze, nicht übermäßig komplex, aber ich denke, es kann durchaus, heißt Scully, für oder halt und so. Und manchmal hat man dann den Eindruck, es vergehen dann doch keine 14 Tage ohne irgendwie neue Ankündigungen von Frosted Games. Dieses Mal ist es Earthborn Rangers, das auf Deutsch kommt, ein Spiel, das es auch noch gar nicht auf Englisch gibt. Und es kommt im Verlag von dem Herrn Sattler oder von den beiden Sattlers, die auch bei Fantasy Flight waren. Ja, das ist keine Fantasy Flight Neuheit, sondern die haben einen neuen eigenen Verlag gegründet, waren aber bei Fantasy Flight, sind da zuständig gewesen für so große Namen wie Descent. Ja, also die verstehen ihr Handwerk. Hier allerdings kein Crawler oder Skirmisher, was auch immer, sondern ein LCG. Mit Namen eben Earthborn Rangers. Ich kann zu LCGs einfach ganz wenig sagen. Ich bin da nicht firm drin, das ist jetzt nicht unbedingt mein Genre. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da eine Menge mega viel Spaß mit haben kann. Aber dieses Deck bei uns ist einfach nicht so meins. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach mal so gar nichts, bevor ich was Falsches sage zu dem Spiel. Wie gesagt, das ist keine Wertung, aber ich habe einfach keine Ahnung davon. Ich habe vorhin gesagt, Imperial Steam ist das erste Eisenbahn-Spiel. Jetzt kommt das zweite dieser Sendung und zwar Friedemann Frieses Freie Fahrt. FFFF, so, Friedemann Frieses Freie Fahrt, Eisenbahn-Spiel. Wir sind unterwegs in Europa und es ist durch eben den Siegeszug der Eisenbahn ein breites Netz quer durch Europa entstanden. Von Stadt zu Stadt und wir haben nun die Aufgabe geschickt über dieses Netz, das auch natürlich weiter ausgebaut wird, Passagiere zu transportieren. Die wollen in Urlaub, die wollen Routen abfahren. Es gibt Reiserouten, die wir wählen können. Und diese Reiserouten letzten Endes bringen uns dann Punkte, je nachdem, wie viele Städte wir besichtigt haben. Oder passiert haben im Laufe des Spiels. Also das klingt so ein bisschen nach Set Collection, das klingt ein bisschen nach Pick-up and Deliver. Sind wir auf jeden Fall gespannt, was das Ganze macht. 1923 Cotton Club. Auf Kickstarter schon durch. Kommt dann so Richtung Herbst zu Essen raus. Wird ja dann in Essen auch angeboten werden von Looping Games. In Looping Games, wer sich erinnert, also zum einen an alte Journale, zum anderen an Looping Games selbst. Wir haben neben anderen Spielen eben diese 19. Jahrhundert-Serie. So nennen sie es selber. Das sind also Spiele, da kam dann also The Channel Tunnel, der Schwarze Freitag. Und also ganz viele Spiele, in denen es um Ereignisse aus dem 19., beziehungsweise Entschuldigung, aus dem 20. Jahrhundert natürlich ging. 19 XX, wenn man es sagt. So, hier haben wir jetzt 1923 Cotton Club. Wir sind in New York. Bootleggers, Prohibitionszeit. Es geht darum, einen Club erfolgreich zu managen. Speak easy. Ist da vielleicht so ein Stichwort. Verrauchte Jazz-Höhlen, Blues-Höhlen, was auch immer. Alkohol irgendwie ranschaffen, Leute in den Club bekommen, Leute anstellen. Das Ganze eben sieht aus wie so ein kleines Economic Worker Placement Spiel. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde, diese Spiele von diesem Verlag haben was. Also irgendwie haben die was Interessantes. Jedes Jahr aufs Neue. Auch ein Spiel, das über Kickstarter durchgelaufen ist, jetzt wohl in Essen dann rauskommt, ist Factory 42. Und wenn ich mir bei Factory 42, ich habe den Kickstarter damals nicht verfolgt, aber jetzt ein bisschen so dieses Hintergründige angucke, dann finde ich marxistische Zwerge oder so ein marxistisches Zwergen-Universum als Spiel-Background schon irgendwie sehr cool, muss ich sagen. Das hat auf jeden Fall was. Dahinter versteckt sich dann ein Euro-Game mit Worker Placement, mit so einem Würfelturm, der, ich glaube, die Orders rausgibt. Und da, Resource Management Puzzle, schreibt auch der Verlag, Resource Management Puzzle, nicht nur schön. So, schreibt der Verlag. Wir müssen allerdings auch per Pickup and Deliver dann unsere Wagen beladen und diese Ressourcen auch dahin bringen, wo sie dann wiederum gebraucht werden. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Werde ich mir angucken und ich hoffe, ich bekomme da eins ins Haus, kann mir das irgendwo noch kaufen oder so. Das war's. Wir sind durch für dieses Wochenende. Ich denke, wenn ich gucke, ich glaube, 20 Meldungen waren es, sollen mal reichen. Ich bin auch langsam heiser dann. Auf jeden Fall wünsche ich ein tolles Wochenende, soll ja warm werden, aber spielt was Schönes. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Macht's gut und tschüss.